15 Punkte in Sozialkunde in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Wir machen weiter in unserer berühmt-berüchtigten 15-Punkt-Reihe und zwar mit dem Fach Sozialkunde. Viel Spaß! Erstens, Bezug auf die Gesellschaft. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du in Sozialkunde, egal welches Thema ihr anspricht, nicht nur theoretisch behandelst, sondern das wirklich sofort praktisch. Und wenn es nur in deinem Kopf ist, auf die aktuelle Gesellschaftslage beziehst und dich wirklich fragst, okay, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für mich und meine Mitmenschen, welches Prinzip steckt dahinter, will ich so sein, bin ich da dagegen, finde ich das gut, finde ich das schlecht. Weil dadurch, dass du deinen Kopf damit involvierst und im Prinzip auch eine gewisse Emotionalität reinbringst, steigertst du unterbewusst für dein Gehirn die Bedeutung der Inhalte, wodurch die wesentlich besser abgespeichert werden, sie wesentlich tiefer verarbeitet werden, also eben, wie gesagt, betone ich ja immer wieder, Theorie der Verarbeitungsebenen, super entscheidend, dann hast du es wirklich drin, wirklich auch verstanden, kannst es auch viel besser ausdrücken und das ist einfach wichtig, 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 um in die ganz hohen Punktebereiche auch schlussendlich zu kommen. Zweitens, Gedächtnistraining. In Sozialkunde ist es ja öfter mal so, dass du irgendwie irgendeinen, keine Ahnung, einen Namen, einen Ort, ein System, was auch immer, dir einfach auswendig lernen musst und manchmal auch viele hintereinander. Und das kann abfacken, das kann langweilig sein, das kann, ja, wo du dir denkst, warum ist es so wichtig, egal, ständig kriegst du darauf Punkte, deswegen ist es einfach wichtig, dass du es machst. Und im Prinzip geht es darum, dass du eben aus diesem negativen, oh, das ist so langweilig, das zu machen, was Positives machst im Sinne von, ich habe Spaß daran, mein Gedächtnis zu trainieren. Also wenn du wirklich einfach mal ein paar Jahres zahlen, weil irgendwie da die eine Person geboren wurde oder sonst was oder vor allem Namen von irgendwelchen Begründern, irgendwelcher Systemen oder Theorien drankommt, dass du da denkst, hey geil, ich kann jetzt wieder einfach fünf Items, wie man es in der Psychologie sagt, also wirklich fünf Informationseinheiten hintereinander auswendig lernen und da einfach Spaß dran hast. Ich meine, ich habe selbst zum Beispiel mir in der Oberstufe mal Gedächtnistraining immer gemacht mit so einer App und das fand ich irgendwie spaßig und genau das gleiche kannst du in Sozialkunde eben übertragen, wenn du eben verschiedene Namen, Systeme, Theorien, was auch immer auswendig lernen musst, einfach, dass du da mehr Spaß dran hast. Drittens, Kombination mit aktuellen Geschehnissen. Die sind ja sowieso in Sozialkunde sehr oft Thema. Wir zum Beispiel mussten immer am Anfang der Stunde, musste immer eine Person vortragen, was in den letzten sieben Tagen in der Welt passiert ist. Ist natürlich für dich selbst auch wieder eine Sache, die einfach die Motivation steigert, wenn du merkst, okay, das, was wir gerade besprechen, hilft einem auch zu verstehen, was aktuell allgemein passiert, worüber sogar in den Nachrichten berichtet wird. Und, wichtigster Punkt an der Stelle, das ist natürlich auch jedes Mal wieder, sei es eine Ex, sei es eine Klausur, sei es eine Abfrage, sei es später die mündlichen Abiturprüfungen, immer und immer und immer wieder eine absolute Einladung für den Lehrer, dazu auch eine Aufgabe zu stellen. Und wenn du grundsätzlich einfach dich in den Nachrichten schaust und da einfach ein bisschen Bescheid weißt, fällt dir es auch viel leichter, da Dinge zu verknüpfen, Zusammenhänge herzustellen, in Transferaufgaben, die ja eben vor allem für die 15 Punkte extrem entscheidend sind, die richtig zu verknüpfen, gute Antworten geben zu können. Und wenn du das machst, steht dem eigentlich auch nichts mehr im Wege. Viertens, in Personen reinfühlen. Gerade wenn es um verschiedene Personengruppen geht, wo es um Interessenkonflikte geht, ist es super wichtig, dass du es nicht auch nur so mit einer gewissen Distanz betrachtest, sondern versuch dich wirklich mal in jede einzelne Person reinzufühlen. Warum ist das so? Wer hat vielleicht auch in einem gewissen System oder bei bestimmten politischen Regelungen, wer hat da einen Vorteil davon, wer hat einen Nachteil davon? Für wen ist es? Gegen wen ist es? Und dadurch, dass du dich in jede Person mal reinversetzt, bist du wieder viel mehr gecatcht von der ganzen Sache. Du bist viel mehr drin im Stoff. Du kannst auch aus den Perspektiven viel besser die Dinge darlegen, was auch immer wieder als Anforderungsbereich 2 oder Anforderungsbereich 3, also wirklich die fortführenden Aufgaben, auch in Klausuren oder Tests, die dann auch eben über 15 Punkte entscheiden, dir extrem, extrem zugutekommen werden. Und es macht mich einfach viel mehr Spaß, sich auf der Ebene auseinandersetzen, als es immer so zu betrachten, als hätte er es mit dir selbst nichts zu tun. Fünftens, als Politiker fühlen. Fühle dich in Sozialkunde wirklich wie jemand, der jetzt einfach gerade über die gesamte Gesellschaft entscheiden muss? Weil dadurch, dass du es einfach machst, diese Identität für dich erschaffst, wirst du dich wesentlich besser ausdrücken, ganz unbewusst, ganz automatisch. Du wirst dich wesentlich kritischer auch mit den Themen auseinandersetzen. Du wirst wesentlich klarere Formulierungen geben. Und alles in allem schnürst du so, ohne dass du dich mehr anstrengen musst. Einfach nur dadurch, dass du dein Unterbewusstsein dir zunutze machst, wirst du einfach wesentlich besser. Du wirst dich im Unterricht konkreter ausdrücken. All diese Dinge, du wirst deine Hausaufgaben präziser machen. Und das ist einfach ein Geschenk. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Du musst dich einfach nur mehr einbilden. Ich bin wirklich irgendwie so ein Politiker. Und ich muss gerade wirklich wichtige Entscheidungen treffen. Und wenn du das machst, hast du schon so viel gewonnen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo.